ja heute hat eigentlich ist das unnötig dass ich aus der regner liga nord ist nicht noch hey hat not egal dass ich aus der aus dieser liga was gemacht heute hat er fort gegen alt klein alt klinke das aber überzeugt 721 hat rot-weiß erfurt gegen alt klinke gespielt und sie haben sogar noch geführt das ist das traurige sie haben geführt und kriegen ja trotzdem noch sieben dinge in ihr tor rein was man sagen will aber der aufsteiger ist schon fest das ist die zweite begegnung das zweite sieg für erfurt dadurch ist erfurt dritter und als klinke 14 das heißt abschließt gefährdet weil die haben ja alle nur er hat ein punkt auf ihn und so gesagt hat man auch schon alle gewinnen das ist schon das heißt schon wieder aus der abstiegszone raus ja